Was macht da so Geräusche? What the fuck, was ist das für ein grusiges Feich? Holy shit, man! Hey Gamerinos, ich bin Marc, der B-Mac. Und in Zeiten von Stress, wo man viel arbeiten muss, wo man von morgen um 6 Uhr bis um 18 Uhr im Büro sitzt, braucht man Entspannung. Man muss sich in eine andere Welt hineinversetzen, um abzuschalten. Klar, wir können natürlich Ferien buchen, aber das ist halt teuer. Wie macht man das sonst? Ja, man kann einfach ein Spiel kaufen, nämlich Subnautica Early Access. Wir nennen den richtigen Kreativmodus, weil wir keinen Stress, nicht Blut und so. Und was ist das? Das ist sozusagen Ferien auf einem Planeten, das nur Wasser hat. Alle Eltern unter euch, Waterworld, einfach ohne Kevin Costner in Modern. Und da sind wir schon. Das ist unser kleines Dingsbums. Da haben wir so Sachen, Fabrikationen nutzen und einen Sitz haben wir. Jetzt können wir raus schauen, was hat es da Schönes? Das ist ein Kaputtschiff. Was wir machen können ist, ich habe es schon mal kurz angespielt, wir können Sachen bauen. Das ist unsere mobile Baustation. Und was bauen wir hier? Was machen wir hier? Erst gehen wir mal, uh, Kopf damit. Wir brauchen einen Zyklon. Das ist sozusagen, ein U-Bot. Ein U-Bot in, in Moderna. Das sieht auch noch cool aus. Wow, seht ihr das? Das ist so. Und wusch. Wie wird nass? Und natürlich brauchen wir auch noch eine Seemotte. Eine Seemotte ist auch gut. Hier ist das Schiff. Ähm. Ist noch da, hm? Gut. Also eine Seemotte haben wir auch. Die ist auch da. Jetzt können wir unsere mobile Station wieder abbauen. So, bitte. Gib mir dieses Ding. Nein, ich will es jetzt. Komm, gib es. Nein! Jetzt gib mir dieses blöde Ding. Komm, jetzt gib doch. Ich möchte jetzt echt ein Ding haben. Hallo? Verdammt. Jetzt will ich durchklettern. Ich nehme das letztes Mal. Was ist der Scheissdreck? Wart. Wart. Irgendwie habe ich es auch letztes Mal. Er will es einfach haben. Ich möchte gerne das... Nein. Ähm. Er liebt das Klettern auf dieses Ding, ja? Ähm. Jetzt habe ich es irgendwie bekommen. Wo ist die Motte? Da. Jetzt gehen wir hier rein. So. Jetzt müssen wir hier rein. Ja, super. Das bekomme ich hier rein. Ah. Einfach hier rein. Ja, ja. Irgendwie. So. Jetzt haben wir unser Mini. So. Unser Mini-Ding. Im grossen Ding. Das ist unser Ding, ja? Das ist unser Ding, ja? Jetzt gehen wir das mal ein wenig rein. Ich glaube, hier bauen wir doch auch noch... Hier bauen wir doch noch unsere Stadt. Ich glaube, das kann ich bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich komme eigentlich hier rein. Da haben wir mal zu. Das brauchen wir nicht. Ich komme eigentlich hier rein. Hier komme ich nicht, he? Was ist das hier? Was ist das hier? Ist das... Nein, das ist... Kann ich das wegnehmen? Ja. Er hat immer noch Energie, he? Gut. Schon noch ein super U-Boat. Weißt du, du kannst einfach nur rein, wenn du ins Wasser rein gehst, he? Ist das Tatsache? Hier zu. Oh, und raus. Ja. Das ist Tatsache. Es ist eigentlich immer nass. Kann man so zutun hier? Nein, kann man nicht. Ja, entschuldige. Also, hier ist schon wieder ein U-Boat. Und dann haben wir noch unsere super Boi hier. Also, jetzt können wir Sachen bauen. Jetzt macht es Sinn, wenn wir hier vielleicht noch so eine... so eine unterirdische Station bauen. Ja, jetzt... Irgendwie geht es mir mit Tabulator, he? Ja. Aber hier, Powerbegleiter. Schubkanone. Verzerrte Schwerkraft. Um anzuziehen und abzustossen. Ist wegen... Gelerentransformation. Das wollte ich gar nicht. Baupläne. Hier, Korridor. Einfach ein Gang. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Powerchallenge. Irgendwas. Also. Ja, dann machen wir doch hier mal so eine... Das. Wie baue ich jetzt das? Zweimal Titan. Das habe ich. Ähm. Jetzt... Ich brauche dann Basis zu. Aha. Was ist das Ding? Was bringt das irgendwas? Ist das der Grabscher? Okay. Ähm. Was macht da so Geräusche? Boah. What the fuck? Was ist das für ein grusiges Viech? Holy shit, man. Fuck. Fahr ab, du grusiges Viech. Was hat der für... Oh, der hat in den Hotensack hinten dran. Machen wir das etwas. Komm, wir gib ihm. Hallo. Guckus. Wuhuu. 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 Es macht nichts. Es hat... Es hat... Es hat Freude. Es ist einfach hier. Ein bisschen muss sein. Das Alienviech. Aber ich freue mich immer noch... Ah, das. Vielleicht ist es das. Oh ja, jetzt. Da, jetzt. Also. Ja, weiss ich auch nicht. Wohin wir da halt. Weg von der Mail-Inviech. Gehen wir es mal... Gehen wir es mal hierher. Ja, hier ist gut. Und da haben wir es hier. Ja, das sieht doch gut aus. Nehmen wir. Jetzt habe ich... Hallo? Ich habe es doch jetzt wollen. Wow. Jetzt habe ich da hier. Das Ding da hier. Okay. Power restored. All primary systems online. Oh, das ist doch schön. So, jetzt. Oh, schau jetzt. Ja, das ist doch super Röhre hier. Ja, die. Nehmen wir. Ja, einfach eine riesen Röhre. So. Mana ist eine. Komm. Ah, fuck. Irgendwie funktioniert das nicht so. So. Ja, ja. Noch zweite Röhre. Schau da. Es hat einfach eine riesen Röhre. Und was ist das hier? Quartes links ein bisschen. Und jetzt brauchen wir eine Kurve. Wir wollen ja hier auch noch ein bisschen, oder? Wir machen hier einfach ein U. Kurve. Also hier haben wir Kurve. Das ist ein Mehrzweckraum. Einfacher Raum. Ja, kommt da auch noch. Ähm. Glaskorridor. Hier. L-Korridor. Nein, das ist wieder weg. L-Korridor. Komm da. Ja, aber so wollte es. Genau. Und wumm. Hä? Ich sehe das. Es ist verdammt. Jetzt mal wieder geraten. Komm jetzt mal wieder geraten. Mit so einer. Ja genau. Ja, herrlich. So eine super Sache da hier. Und hier. Und jetzt kommt so ein Korridor. Mehrfachraum. Ja, super. Hier ist der Mehrfachraum. So. Aber jetzt. Kann ich jetzt auch wieder so eine. Ah ja, kann ich. So. Schau da. Hä? Unser Ding nimmt Form an. Das ist. Jetzt mal da vorne etwas ganz fancy. Mässiges. Wir machen Glas durch. Wow. Wow. Dann sieht man noch raus. Dann denkt sich an. Ist das cool. Ja. Ist ja cool. Ist ja cool. Und so. Jetzt nehmen wir hier noch. Was nehmen wir hier noch. Was nehmen wir hier noch. Mal noch so eine Mehrfachding. Einfach so. Wir brauchen ja noch einen Eingang. Ja. Ja. Ist das einfach um zu bauen. So. Ähm. Jetzt brauchen wir hier noch. Haben wir noch viele Fenster? Luke. Nein. Fenster. Wenn wir hier noch. Fenster. Ah. Ist doch schön. Ja. Komm da. Dann nehmen wir noch das Fenster. Oh nein. Dann nehmen wir hier noch so ein Fenster rein. Es ist verdammt. Wenn du kein Fenster hast. Oder. Kommst du uns doch so ein bisschen vor wie irgendwie. In einem verdammt. Ah. Schau da. Mein. Das ist ja der Hit. Schau da. Noch so ein Einstens Fenster. Ja. Das sieht ja super aus. Hier brauche ich. Und jetzt komme ich. Hier brauchen wir auch noch Fenster. 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 Schau da. Yes. Ist das geil. Kann dir jeder zuschauen. Wenn du auf dem WC bist. Das brauchst du. Das ist doch geil. Ah. Fenster. Wo noch hier ist das Fenster? So. Also. Unten schwimmt der Fisch. Warum auch nicht? Kann man das? Er kann das. Gut. Jetzt gehen wir nochmal. Jetzt brauche ich. Brauche ich. Brauche ich. Brauche ich. Kann ich noch nicht irgendwie noch andocken. Mit meinem. Äh. Undock. Bucht bauen. Die Seele aus. Nein. Ob es wird. Schau dir das Leben. Am. Ozean. Ich habe ein grosses Aquarium. Das brauche ich nicht. Schrott. Das brauche ich auch nicht. Nein. Undock. Oh jetzt. Undock. Undock. Das brauchen wir. Oh. 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 Jetzt haben wir keinen Platz für das. Oh. Oh. Hemen. Hemen. Hier. 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 Das ist doch gut, oder? Ja, hier ist eine super Andochbucht! Herrlich! Jetzt müssen wir das noch verbinden mit dem blöden Korridor. Ja, schau da! Hä? Hä? Wow! Wow! Kann ich jetzt da mit meinem super Schiff fahren? Das ist ja 50. Aha, jetzt kann ich mit meinem kleinen Boot hier. Gut, also. Jetzt gehen wir mal in das Ding rein. Ihr seht, wie viele Leute sich richtig fest in diesem Spiel. Ich bin überhaupt kein Fan von so einem Minecraft-Spiel. Aber das... Ah, jetzt wieder auf und zu tun. Safety first, nicht, dass noch irgendein anderer reinkommt. Und... Ah, nein, warte, ich höre einfach... Ich höre einfach da unten, oder? Das ist ja direkt. Ja, schau da, schau da! Wo ist meine super Station? Ich muss gerade suchen, wo meine Station ist. Wo ist die? Das ist meine Schokolade mit der Hote. Ähm... Ähm... Hallo? Kann ich mich nicht drehen? Hallo? Ähm... Ich muss mich jetzt drehen. Wo ist... Dort hinten ist meine Station. Ah, da kommt sie. Oi, oi, oi... Schau da! Hier ist sie. Mein neues Zuhause. Casa del Marque. Und? Kann ich jetzt hier runter? See? See? Ah, das ist einfach nicht so richtig. Kann ich nicht einfach... Lassen wir sie mal hier. Aber ich glaube, ich kann mit meinem kleinen Vorzug rein, oder? Ja, da... Ja, da... Ja, da... Ja, da... Ja, da kann ich rein, oder? Ja, da kann ich rein, oder? Ja, da kann ich rein, oder? Also, schauen wir das mal an. Ja... Ja... Oh, das wird ja richtig professionell lösen. Und du? Ja? Ja, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Ah, das ist meine Station. Hey, 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 hey. Ist doch schon mal nicht schlecht. Aber da geht mehr. Da geht viel mehr. Wie kann ich da unten? Das ist jetzt die Frage. Ich habe fast nicht, wie ich da unten, oder? Ich weiss ja, Schwerkraft und so. Checkers. Da vorne habe ich doch irgendwann eine Look. Da habe ich keine Look. Hier? Nein, hier habe ich auch keine... Oh, da habe ich irgendwann eine Look, dass ich raus kann. Was ist das denn so gemeint? Das habe ich keine. Hm. Entschuldigung nicht, oder? Ich gehe jetzt mal so. Also, man kann sagen, es gibt noch... Oh, shit. Es gibt noch Verbesserungspotenzial. Wo ist da? Ah, ich gehe da rein. Oh. Es gibt noch Verbesserungspotenzial. Ich möchte das jetzt noch einmal... Ah, mach mal hier raus. Ich will raus. Ich will raus. Mach gleich mal raus da. Ja. Ja. Kommt wahrscheinlich nicht mehr raus. So. Es gibt noch Verbesserungspotenzial hier. Ja. Es ist okay. Aber das ist jetzt nicht drin. Man muss sagen, oh mein Gott, ist das gut gewesen. Also, was haben wir da noch? Ähm. Wir haben hier noch... Verbinden mit zwei Etaten. Ah! Ah. Ja gut. Das geht nicht auch, hm. Also, da werde ich auch eine Look gewesen, hm. Ah ja. Ist schon ein bisschen gesunken, oder? Ähm. Ja, also komm, dann gehen wir hier mal noch in die Mitte. Dann machen wir da noch so ein Fundament. Nein, nein, nein. Machen wir hier. Mäzerkram stinkt auch. Ähm. Vielleicht so ein... Ja. Und hier kann ich auch eine machen. Aha, ich kann einfach so eine geben, hm. Okay. Und diese sind verbunden, hm. Hei, ist das geil. So, jetzt wollen sie das und das Observatorium noch oben drastucken. Wo kann ich das nicht? Kann ich das hier machen? Kann ich das hier machen? Auch nicht, hm. Ich wollte das Observatorium. Gott verdammt. Scheisse. Warum geht das nicht? Da? Auch nicht. Auch hier wird es gehen. Ja, dann machen wir es auch hier. Aber die Röhre ein bisschen für nichts, hm. Was kann es noch? Nein. Aufzurissen. Warte gar nicht. Teilt Salz und Wasser. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Was kann ich noch machen? Energie? Nein. Geräte? Scheinwerfer? Kann ich das irgendwie hin? Schau da. Wow, jetzt sieht es noch ein bisschen fancy aus. Ja. Ja. Probe. Komm da. Noch ein bisschen mehr von diesem Zeug. Ui, jetzt sieht es nur Gangstermässig aus. Oh, da hat es noch mehr so. Flutlicht. Ja, ja. Flutlicht. Hier, schau da. Die Natur so richtig nerven. So richtig nerven. Hier, noch mehr Flutlichter. Hier. Hier. Blöde Natur. Hier, du blöde Sicht. Oh, da kommst du Flutlicht ins Gesicht. Nein, das ist sehr fies. Innenbätkasten. Blumentopf. Bilderrahmen. Aquarium. Schrank. Nein, da schaut alles gut aus. Bescheidennetz. Oh, ein Tischkalier. Atomreaktor. Na ja. Wärmekraftwerk. Solarmodul. Ich würde gerne so richtig gut gehen. Aber das kannst du auch anscheinend nicht. Warum willst du ein riesengroßes Aquarium, wenn du eh... Das check ich nicht. Ein Entdecker oder Zweifel. Komm, wir gehen jetzt verdammt hoch. Yeah. Jetzt gehen wir richtig gut. Das geht. Das muss gehen. Schau da. Die ultimative. Wow, schau da. Und hier. Und hier. Oh nein, das geht nicht. Kann ich das wegmachen? Äh, jetzt ist mein Korridor hier. Nein, ich möchte das wegmachen. Kann ich das nicht wegmachen? Weg. Weg. Mit diesem Ding vielleicht? Nein, auch nicht. Mit dem. Nein, mit dem auch nicht. Mit dem auch nicht. Atomreaktor. Das ist so eine Scheisse. Nein. Die Idee war so gut. Aber ich weiss nicht, was du löschst. Mach's weg. Ah, da. Okay, jetzt. Also, komm. Jetzt. Ja, wir sind noch dran. Die Ultimative. Schau, schau, schau. Ja, da ist es. Haha. Jetzt kann ich hier eine Luke machen. Wo ich eigentlich rein kann. Jetzt bin ich drin. Haha. Und jetzt wollen wir hier. Nein, nicht Verstärkung. Also, wenn wir auch nicht. Wir wollen hier das auftun. Wie macht man das auf? Scheiss. Kann man das überhaupt aufmachen? Doch, es sieht nicht anders aus. Es war ein Witz. So eine Scheisse. Weisst du eigentlich? Schau, hier. Ah, doch, doch. Jetzt schau. 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 Okay, also. Leiter. Ähm, hallo? Irgendwie geht das gleich nicht. Jetzt bin ich hier in diesem Raum und kann noch rein und raus. Also, super. Nein, danke. Das ist super. Oh, ich kann schon sagen. Ah. Ah, also jetzt. Wie komme ich jetzt hier runter? Ah, jetzt bin ich hier unten. Jetzt bin ich hier unten. Es ist verdammt mühsam, um zu runterzukommen. Okay, das ist eine Scheissidee. Ich glaube, es spinnt es. Sie meint, es sei im Wasser oder eben nicht im Wasser. Ich will hier raus. Rausen. Ja. Das war ein Scheiss. Gehen wir hier raus. Ja. Ja. Wir lösen einfach. Jetzt habe ich einfach so eine Luke, Luke, Dingsbums. Ja, die sehen. Das ist eine super Sache. Ah, ja. Wenn ihr findet, wow, Marc, das... Ich habe mich jetzt super überzeugt. Ich will, dass du mehr so gut ausmachst. Dann könnt ihr das Ganze abonnieren. Dann könnt ihr mir das auch schreiben. Wenn ihr findet, das ist jetzt absolut der Brunz. Dann könnt ihr mir das auch sagen. Dann muss ich sagen, ja, also. Dann ist es halt drin. Was ist jetzt da passiert? Ist ja gleich oben rechts. Könnt ihr das Ganze abonnieren. Super. Alles gut. Okay. Was aber.